Oh, okay. Gut, ich geb euch Rückendeckung, ihr geht vor. Oh, verfickte Scheiße. Okay, ihr macht das schon. Ich geb euch Rückendeckung. Ich hab eine Handgranate, ihr müsst da weggehen. Ach, fremd die Feuerheit. Wo ist man die Lage hier an? Oh, fick dich richtig ins Knie. Wo, wo kommen die denn? Kommen die von unten? Wo kommen die? Komm, wo kommen die denn? Kann jemand mal mit mir reden? Oh, was? Nee, ey, komm. Leck mich am Arsch. Leck mich ab. Also, wir sollen jetzt rennen oder sollen wir jetzt hier chillig machen? Auf alle Fälle ist die Atmosphäre gut. Grafik, ja. Hier und da ein paar Stärken. Passt nicht immer ganz zum Kontrast zu manchen Sachen. Die Straße an sich gut gestaltet. Wenn man jetzt auf den Boden hier blickt. Blutlachen der Zombies, ganz gut gemacht. Fahrzeuge, ja. Hat ungefähr so ein bisschen von Division 2 und... Jetzt müssen wir zur U-Bahn auch noch. Ja, super. Gut, was haben wir hier alles noch? Seid ihr alle da? Sehr schön. Okay, äh... Wollt ihr mal kontrollieren gehen? Ah, ihr macht hier gar nichts, du war. Sei ehrlich. Ihr habt gar kein... Wo kommen die denn? Von wo? Was ist das? Ja, so langsam müssen wir aber auch jetzt hier auch voran. Boah, wie soll man hier vorankommen? Ja, noch ein bisschen an der richtigen Taktik raussuchen hier, was hier gemacht werden soll. Ob wir jetzt hier einfach warten und die alle, wie die Bekloppten, jetzt da versuchen hochzuklettern und hängen bleiben. Oh, jetzt sind sie aber doch relativ fix. Ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen machen. Jo. Aber wie viele gibt's denn von denen? Boah. Also ich würde sagen, gleich hier Plan B. Ihr Porno-Sternchen-Zier. Angel und Annette. Annette. Wir werden die gleich einfach mal ein bisschen durchflitzen. Ich hab nicht mehr viel Munition. Ach, hier. Puff. Boah, wie viele kommen denn hier? Ah, okay. Also wir können jetzt hier ballern, was wir wollen, wenn der Schreier-Zombie von seinem Mega-Formum hat der... Oh, verdammt. Haha. Okay, gut, wir müssen rüber. Wir müssen hier rüber. Oh, perfekte Scheiße. Yes. Ha, angetäuscht. Nicht gut. Nicht gut. Okay, Taktik B war scheiße. Taktik B war scheiße. Taktik B war richtig beschissen. Schwer verletzt. Ah, perfekte Scheiße. Warum fahren die auch alle mit der U-Bahn? Seid ihr bescheuert? Geht weg, mein train. Okay. Geht weg, mein train. Oh, der sieht sich gut aus. Oh, jetzt gerade noch so. It's him. I'm reloading. Huh, him? Oh, my reputation precedes me. Hallöchen. geht los ich muss ich auch mal hier so ein bisschen heilen so ich dann heilen wir dich mal bunko bus ist ja soweit immer fit ja genau macht die mal alle jetzt hier was denn das kommt ja wirklich alles auf einmal auch leck mich das ist die tür reichen aber ich will erst mal hier die paar leute spaß die gut was haben wir jetzt hier alles der kommt doch mal jetzt endlich für eine riesen hilfe ich habe kaum was eingesagt wir müssen noch mal zurück ok links aber uns da ja nein nein nicht 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 ich will hier hier du heißt angel wo du bist du denn für ein homo und du heißt brunco komisch munition spielte kanade ist immer gut mehr können wir nicht einfach hier runter was sollen wir jetzt hier alles erreichen ja alles ja 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 das ist mir scheißegal könnt mir ja mal helfen genau ihr passt jetzt hier auf alles auf wenn wir noch irgendwas schönes könnte ich immer auf voren ja oder okay wo seid ihr Vier Küsten Für was denn? Verdammte Scheiße Angel kann sterben Die Weiber müssen überleben Fortpflanzung Wo ist denn schon wieder so ein Screamer? Ach, f*** der Scheiße Da oben Oder? Okay, Brunko, irgendwer ist tot Oder schwer verletzt Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Warum Okay, Brunko Lebt noch Ist aber verletzt Wir müssen für dich hier Erstmal einen Minicat suchen Ah, americans, man Lost every sea What now? Bigger guns Ja Oh, creeper Dankeschön. Ich habe eine andere Box genommen. Das sollte genug sein. Oh ja. Kann man hier nicht irgendwie hier... Ha! Ey, hat der aber gut... Oh! Okay, wir müssen hier wirklich versuchen, mal irgendwie so eine kleine Taktik aufzumachen. Ah, die kommt ja schon überall. Oh, leck mich. Die kommen ja wirklich schon überall. Weiß, du bist schwer verletzt. Ich helfe dir gleich. Aber ich glaube, wir sind alle etwas verletzt. Brunko. Komm, komm, es wird dunkel, es wird dunkel. Ha! Könnt ihr mich nicht wenigstens Medikid geben hier? Bitte! Guck mal, der Chit hier sowieso nur. So. Ah, die brauchen irgendwie Medikids hier. Boah, alter, leck mich am Arsch. Okay. Oh! Du bist alles mir. Oh! Oh! Ja. Ich hatte keinen Bock auf den Anführer. Kram. Versteh auch nicht. Warum? Warum? Oh, ja! Ich hab's nicht mehr. Okay, jetzt komm, ihr Wäsche. Alle in dem ihr bleiben. Oh, oh Wir bauen nur noch eine Kiste Okay, oh, oh, oh Entschuldigung Wir leben auf Pump hier Wenn ich jetzt aber jetzt die Tür aufmachen sollte, ja Was geht's los? Oh Kommt der No, das ging doch richtig gut ab Und ganz easy, cool, die erste Mission geschafft Na ja, Teamwork war das jetzt hier noch nicht Hab jetzt gerade einen Erfolg freigeschaltet für Teamwork Aber dass ich ja dauernd hier vorlaufen muss Ist auch ein bisschen scheiße Gut, ja, das war's auf alle Fälle mit der allerersten Folge von World War Z Und Killer Ich hab 345 gekillt Bin auf zweitem Platz Ne, könnte mal ein bisschen hier warten Vernichtungsanspärter 120, okay Am wenigsten Schatten erlitten Hab ich auch Als zweiter Ich könnte mal hier ein bisschen warten Nächstes Level bin ich auch schon aufgestiegen Was es hier Zum Meistern gibt, weiß ich nicht Die EP von den Waffen gehen auch Zumindest Erfahrungspunkte In jeweiligen Waffen Kann man ja auch erreichen Ja Das war's Gut, das Team besteht ja wirklich nur aus dem Quartett Man kann jetzt hier nicht einfach mal freizügig irgendjemanden nehmen Und Brunko Tatsumi Brunko Wie komme ich auch dauernd auf Brunko Weil ich immer denke, dass hier Angel Flores Die Dame hier ist, die eigentlich Bunko jetzt heißt So, ja Unser Team besteht halt jetzt nur aus diesem Quartett Man kann jetzt hier nicht einfach mal Keine Ahnung Irgendjemand anderen hier wählen Das wäre Angel Flores Das ist ja anscheinend dieser Mexikan der Latino hier Wo ich dachte, er hieße wahrscheinlich Bunko Weil Bunko sich doch relativ männig anhört Ein netter Larkin Bunko Tatsumi Das ist die Frau Die zweite von rechts Und meine Wenigkeit Der Wie heißt Keishorn Burnell Welches Team wem war für die nächste Mission Also die Russen sehen schon ziemlich cool aus Ach, das ist bestimmt die crazy Truppe hier Aber ich will hier nicht ihn Äh, sie Sondern es ist nichts Persönliches oder so Aber guck mal hier Der wilde Knabe Der sieht cool aus Jo Können wir jetzt auch Hä? Ach, das wechselt wahrscheinlich Okay Vergiss, was ich gesagt habe Ich habe keine Ahnung von dem Spiel Das war es, wie gesagt Erstmal mit der allerersten Folge von World War Z Hat Spaß gemacht Mein Adrenalin pumpt gerade extrem Ich mache mir jetzt ein Käffchen Rauch eine Zigarette Und dann geht es erstmal ab aufs Fäffchen Weil wahrscheinlich alles jetzt rauskommt Bei 180 Puls Von daher wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag Wetter scheint ganz gut zu werden Und lasst euch nicht beißen Bis dann, auf Wiedersehen Tschüss Ach, welch herrliche Musik Und welch cooler Spruch am Ende Lasst euch nicht beißen Ja Wenn es erstmal mit den nächsten Folgen weitergeht Denn versprochen auch ist die Audioaufnahme etwas besser Ich habe mir nämlich das rote Mikrofon hier geholt Und das alles über meinen Huawei angeschlossen Habe jetzt aber über eine externe App zugegriffen Und ich denke mal In den nächsten Videos klingt das alles ein bisschen sauberer Das andere war ja doch relativ dumpf gewesen Das erstmal alles zum Ausprobieren Ansonsten, ja Jetzt nochmal hier so ein Flutterspruch Lasst euch nicht beißen Viel Spaß Frohes Halloween Ich weiß gar nicht wann es ein Halloween ist Aber irgendwann ist es ein Halloween In diesem Sinne Macht's gut Bis dann Haut rein Bis dann